Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute. Wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Hier haben wir erstmal ein Mamas altmodischer Geheimnis Schatulle, den Mythic Stand am Start, nach wie vor die Farmable. Hier haben wir die VIP Tire Box, die ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir hier die VIP Crews, Daughtery Chateau, Linda Welcher, 300 Dollar Aircard, Sackzent Münzen, Steve Smith und Country Club Steve. Plus diese ganzen Kombos hier, alles genauer erklärt in dem VIP Tire Box Video unten in der Beschreibung. So, also wenn es euch interessiert, einfach mal runter gehen und anklicken. Hier haben wir das Mythic Roger Pack, Mid Eggnog Roger, Daughtery Chateau, Sackzent Münzen, Philip J. Fry, Mushu, Meister Robert. Ja, auf jeden Fall Philip J. Fry, gut. Roger, wenn man den ziehen würde, natürlich auch ganz cool. Mit Sackzent Münzen bin ich nicht so ganz zufrieden. Daughtery Chateau, ganz cool. Aber Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man da was rauszieht. Dann sind wir auch schon in der heutigen Daily Combo Mastery angelangt und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist einmal hier die, das ist es nicht, das ist es. So, die Stua des Francine. Gucken wir mal da rein. Und da ist sie, die Stua des Francine. Und so sieht das aus. Das ist eine Francine Smith. Gehen wir mal gleich runter zur legendären Version mit Rogers Kleiderschrank. Burger Suit. Dann hier ein paar Comments. Also eigentlich nur mit Rogers Kleiderschrank. Auf der rechten Seite kommt dann raus die Stua des Francine mit 15 Angriffspunkten, die hinzugefügt werden. Wenn du eine weitere Combo spielst, plus einem Burger. Ja, Pseudo alle heilen Burger, nenne ich das mal so schön jetzt hier. So, dann gehen wir hier wieder raus. Das ist also nix. Francine halt. Roach, Coach, Stan. Den schauen wir uns jetzt auch mal an. Das ist der falsche jetzt gewesen. Da ist der Roach, Coach, Stan. Das ist dieser da. Hier mit, ja, logischerweise einem Stan. Und ja, wieder mal dieses Golfball Escape. Dann kommt auf der rechten Seite das raus mit der Mauer, mit dem Heilen und mit dem Schild. Ja, Golfball Escape ist jetzt nicht so die beste Karte. Lohnt sich auch aktuell nicht wirklich. So, Roach, Coach, Stan. Brauchen wir nicht. Hier Underwear Karate ist die nächste Combo. Das ist diese hier. Da haben wir einmal einen, können wir eigentlich auch schon gleich wieder maxen, weil das ist auch eine legendäre Version. Philip J. Fry. Hier mit Capoeira, No Mercy, Dojo, Diamond Crusher, Arlon YMCA und Brian The Home Invader. Da haben wir hier, ja, wir haben einmal Angriffspunkte, die mit hinzukommen, wenn eine Combo gespielt wird. Und wir haben alle lehmen Cripple All. Und das ist natürlich schon, ja, wenn du da mal hier so neunfach Cripple All machen kannst, und es vielleicht mit einer weiteren Karte noch erledigst und hast noch Martina bei dir als Charakter, dann kann das schon unfassbar effektiv sein. So, das ist Underwear Karate. Gehen wir gleich weiter zu der nächsten. Das ist Alamo Cool. Und Alamo Cool ist diese hier. Da haben wir eine, ja, das ist eigentlich nur Peggy. Einmal in Mythic und einmal in Epic. Mit Alamo Beer kommt die Alamo Cool Ball raus und das ist einfach nur ein Burger. Ja, das Ding ist nicht so wirklich toll, sag ich dir. So, also, heute nichts Anständiges, aber wirklich auch gar nichts. Ja, gut, Underwear Karate für einen Fry ist gar nicht mal so schlecht. Das muss sich dann wirklich jeder selber überlegen. Die macht unter Umständen Sinn. Ansonsten alles andere. Hier ist Käse. Völliger Nonsens. Wenn es euch geholfen und gefallen hat oder nur geholfen hat und trotzdem nicht gefallen hat, dann lasst mir doch bitte trotzdem mal ein Like da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann scheiß ich es mal ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.